Vielen Dank. Acht. Hallo. Warum hört ihr euch so traurig an? gibt es ja gar nicht Eko, was machst du? Was? Wo bin ich denn hier reingeplatzt? Au 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 Oh nein, lass mich doch jetzt irgendwann ruhig, ich hätt' ich gesagt gar nicht Aber echt, ey? Hör jetzt aus und gehst's down, Kollege Willst du das? Ja, das ist auch noch abtrünnig Seid ihr am Trollen? Nein, der Typ ist uns am Trollen hier, so wie's ausschaut Was? Das gibt es ja gar nicht Direkt töten Wollen wir ja grad Da gibt es keine... Soll ich eigentlich das Ding in der Dark schon lassen oder geh mal Farben? Ne, ich glaub wir gehen Farben, oder? Wir sind unten zum Farben Wollen, Troll seid drauf So, siehst du ja Der mit Null Damage Hm, ist das gut nachvollziehbar? Ähm... So Ja Ja Jo, da find' wir schlauen, ne? Geh mal Farben Wollen wir mal mein Farben-Set rein, okay? Und hat sich abgehalten Hä, wie geht's das so schnell? Einfach drück abmelden Ja, da hast du noch ein paar Sekunden Wie gesagt, wir sind unten zum Farmen Ja, das ist chilliger und äh... Wir wollen hauptsächlich auch Material und Mods brauchen Oh, ich hab... Normaden Sachen reingefahren Na gut Wuh, 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 wuh Normaden Zeug So ein Sachsack, Alter Der braucht das nicht Ja, wir haben nur verarschtet Hm... Na man noch mal einen Krieg mit Die hinten meinigen Oh, da, Kino Oh, da, Kino Keine Sorge, ich bin da Oh, da, zack Oh, da, zack Wuh, wuh Wuh Normalerweise müsste ich dort in der Nähe sein Hinten kommen schon Hier von hinten Oh, wer hat mich da beschossen Ja, und verfahren halt Wenn ich da auf dem Boden Oha Oha Okay, ich laufe hier schon mal auf euch, äh, auf euch zu mir Oho Zack, zack, oh, 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 das geht nicht, okay Bäh 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 Wupp Okay, ähm Fähigkeiten, äh, was hatte ich denn da vor drin? Ah, natürlich So Wow Oh Ja Ja voll Ich bin hier in irgendeinem Gebiet gelandet Ein Wahrzeichen Da schießen sich goldene und lila da ab Bäh Oh, da ist ein, äh da sind ja ein paar wo ich glaube ich fand es mal kurz mit ab aber auch das sind noch andere divisionagenten Kirsten Storium Scrappy oha wir haben uns nämlich den Ding gekauft die Glaubhause Kirsten die Kugel ein taktischer Rucksack das ist ja ekelhaft perfekt und die anderen war aber schießt mich da und dann unbekannt ist die Gnade weil ich glaube eigentlich in eure Richtung versuche ich zumindest aber ich glaube wenn ihr jetzt nach links läuft da bin ich ja ich auch so da hat jemand eingebärgungen gestartet der wer wo gibt es denn da die 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 ab hier ja übel ist es wundert mich auch schon die ganze zeit das ist es der typ schon mal wir nicht abtrünnig geworden ist oder mir so wenig schaden gemacht hat richtig man da kommt mich ja ich mache schaden na kriegst schon hin sonst noch einmal das meine ich ja aber das schöne high-end material ich habe gerade ein 32er rucksack bekommen ja das ist aktiv noch mal das und gehen abgabeort ok was habt ihr feines bekommen echt jetzt ja auch hauptsächlich ich nehme auch die mods mit egal welche farbe ich brauche und halt um zu zerkleinern und was schönes zu bauen und recycling geben recycling recycling ok so kann man es auch machen die baggern hier oben da sind andere ergänzten haben angeschossen woher 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 und das ist ein ende ich bin boxen verdammt diesen abtrenniger hier unten jungs angriff die abhaut bleib stehen bleibt nur 8 Sekunden ja nicht die wieder hoch ich auch 166 ne 166 von 200 Rikas ausgeschaltet das schaffe ich wohl noch wie er sich versteckt ich sehe noch hinten in der ecke die so kommt 11 auf 204 ja man pecs 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 waffenschaden fertigkeit kopfschuss kiss rüstungsdurchdringung erhöhen ist immer aktiv ok und einen abgabeort zum anderen und ein von 37.000 wie viel habe ich denn hier habe ich denn über für schrott drin ich habe eine pump drin wirst wollen wir sie denn wollen wir sie denn 38,2 die von dir stärker um 1000 sind oh 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 ich bin halt voll in die gegner reingelaufen hast du gewusst dass man feindliche geschützstellungen hacken kann nein man wie geht es du musst einfach den besitzer von dem geschütz töten ohne scheiß ohne scheiß da hier das ist ein böses teil ich bring jetzt den chef rum nein man ich bin falsch rum gelaufen ich meine ich bin richtig rum gelaufen ok er ist tot und jetzt dann schießt mir was jetzt wohin glaubt er nicht ja hier hin wo ich bin ich habe doch einen wegschrank hingemacht auf den abrückbereich ach ja gut Achtung ja man gleichzeitig war das bei dir auch gleichzeitig was denn die kampfrolle die haben die gleichzeitig nicht reingemacht wie du siehst wie sie laufen nebeneinander ich ne ich stehe dich nicht hinter mir kommst du jetzt gleich nach oben oder war das nein das bist schon du gewesen du hast doch die orangen Hose an ja immer ja immer chopper inbound chopper inbound chopper inbound chopper inbound ich einfach über bäh stehe an der linie haha da ich bin mal wieder unten und hier 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 ich hab das gerade gehört wie ich meine englischskills ausgepackt hab das ist das ist grundschule vierte klasse locker ja mindestens 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 ich will ihn absnipern t he 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 mehr sniper kills boom headshot ich hätte die stürme werden und sie eingestellt hm nette kombi ich hatte ja gerade vorhin noch eine pump drin ehe geht der sprung nochmal zum glück man habe ich eine pump-gun wie geht das cleaner gott sei dank man cha hab ich eine pump-gun genau so war das NEIN ECHO Thank you very much kent man diesen spruch irgendwoher oder keine ahnung der ist mir eigentlich ganz unbekannt Ja, ist das aus nem Lied oder so? Ist das aus nem Lied? Ja, kanns mal sagen. Gesundheit! Und so weiter. Ich schreibe mich ab. Oh, was soll ich denn? Ich bin mir nicht mal ganz kurz hier. Ich freu mich nicht nur YouTube. Was wieso YouTube? Warte, ja, wann es direkt aktiv ist. Ich bin richtig gut. Hm. Beim anderen Abgabebereich und Abträge. Zum Glück sind wir da nicht entgegen. Mhm. Wir haben Sherlock Holmes durchgespielt. Zehn Stunden hat das gedauert. Aber es war voll lustig. Hm. Mhm. Wir hatten beide die gleiche an. Ja. Die ist vom Übergriff. Ich spür mal mal hier. Das hat aber nichts mit Übergriff. Das kann doch nur der Zero Black sein. Komm, geh mal da rüber. Ich hab's direkt mit dir. Okay, jetzt hab ich's. We got the package. We got the package. Bei mir gab's grad einen Bug. Ready to bring it on board. Ich hab den Tagesauftrag abgeschlossen. Drei Sachen abgeben, obwohl ich nur zwei abgegeben hab. Finde ich gut. Wenn du ne Sniper hattest, kannst du automatisch dran. Wegen dem. Ah. Ja, wegen dem. Wegen dem. Ne? Schubidubi da. Schubidubi da. Schubidubi da. Was für ein geiler Socom bekommen schon? Ja man, die Socom M1. Mit 37.000 K Schaden. Hübsches Teil. Rüstungsdurchdringung. Habe ich bekommen. Als Attribut, was immer Dings ist. Aber der Rest muss ich noch ein bisschen schauen. Ja, geht schon. The fuck? Warum? Da war ich hier auch so. Meine alte ist besser, du kannst die haben. Nein, ich nicht. Aber nur mit Foxy Zucker. Mit Foxy Zucker? Genau.